Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken beim Thomas, der jetzt mit dabei ist und der im anderen Ende der Leitung in München sitzt. Guten Abend, lieber Thomas. Hallo, schönen guten Abend. Ist es bei dir auch so heiß? Ja, heiß würde ich nicht sagen. Es ist warm, nachdem es das ganze Wochenende geregnet hat. Ich hatte eben noch ein Bild gemacht, meiner Frau geschickt. Als ich in nach Köln reinfuhr, ich weiß ja nicht, wie sehr man diesen Autothermometern trauen darf, hatte es 36 Grad. Also ich sitze hier quasi in meinem eigenen Saft. Ich sollte eigentlich eine Wanne unter mir haben, um das einzusammeln und dann irgendwas zu verarbeiten. Also hier ist es wirklich sehr angenehm, temperaturtechnisch. Du fährst auch lieber bei Hitze als bei Kälte, oder? Ja, also so wie es jetzt ist es eigentlich ganz gut. Ein bisschen bewölkt vielleicht, ja. Mir kann es eigentlich nicht warm genug sein, aber auch das ist jetzt so, das geht schon in Ordnung. So, dann sprechen wir miteinander, was bei der Tour passiert ist. Wir hatten die letzte Sendung ja gehabt am vergangenen Donnerstag nach der Alp d'Huez-Etappe, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja, richtig, nach der Alp d'Huez-Etappe. Und vielleicht bevor wir, ich denke, es sind ja viele Kleinigkeiten so in der Summe passiert. Vielleicht sollten wir das, was so die Alp d'Huez-Nachlese, kann man glaube ich sagen, weil es gab ja schon diesen einen alles überschattenden Zwischenfall bei der Geschichte, jetzt noch machen und dann alles andere vielleicht anhand den einzelnen Etappen dann aufziehen, beziehungsweise ja, dann mitnehmen. Denn, Nachlese ist natürlich das Stichwort Vincenzo Nibali, ist an dem Tag rausgeflogen. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir an dem Abend schon die richtige Meldung verbreitet? Wir dachten, glaube ich, an dem Abend noch, es wäre auf dem Motorrad aufgefahren. Ja, genau, aber er hat es ja selbst in dem ersten O-Ton, der da von ihm im Ziel eingefangen wurde, ja, so gesagt, dass er wohl auf einem Motorrad aufgefahren ist, aber er konnte es, wie gesagt, auch gar nicht selbst richtig sehen, weil einfach durch die, wie soll man sagen, Pyrotechnik, die dort versprüht wurde, ihm die Sicht genommen war und letzten Endes hat es sich dann doch anders herausgestellt, wie dann diverse Videos, die von Zuschauern auftauchten, gezeigt haben, dass er da einfach in der Umhängeschlaufe eines Fotoapparats eines Zuschauers hängen geblieben ist. Die hatte sich hinter den Lenker gewickelt, also um den Bremsgriff und ja, das war sein Schicksal. Ja, einfach schlicht und weg und ergreifend Pech gehabt. Hart und unglaublich traurig, die ganze Geschichte, aber so ist es. Ja, danach kamen auch die Diskussionen auf bezüglich Zuschauer, wie sie sich da verhalten haben, was da gelaufen ist. Ich glaube, da gibt es immer noch keine richtige Lösung für diesen Zwischenfall oder für das Problem. Solange es, du hattest, das war mir in dem Moment eigentlich, oder als ich mir vorher schon diese Etappen so angeguckt habe, noch gar nicht so klar. Man macht es in der Woche, damit die ganzen Wochenendfreaks dann schon gar nicht erst kommen, sondern man vermeintlich nur die wahren Fans da hat. Man sperrt zunehmend mehr ab. Man setzt auf die reinigende Kraft der Fans untereinander. Aber am Ende des Tages kann so etwas doch passieren, wenn man nicht alles komplett absperrt. Ich glaube, du hattest damals noch die These vertreten, oder ich habe sie irgendwo gelesen, dann soll man einfach ein paar Jahre nicht Alpdales fahren oder kann man nicht mehr fahren. Ja, genau, weil halt auch so viele Fans, Anführungs- und Schlusszeichen-Fans oder Zuschauer angelockt werden, die sonst eigentlich mit dem Radsport wenig in Berührung kommen und überhaupt gar nicht die Geflogenheiten kennen, wie man sich als Zuschauer bei einem Radrennen zu verhalten hat. Und ja, es wäre halt, es war ein Trauriger, aber es wäre ein Ansatz, um zumindest so diesen Kultstatus davon etwas zurückzufahren und dann, ja, die Zuschauerdichte da auch wieder etwas herunterzuschrauben bei so einem Anstieg. Aber ich habe, den Gedanken habe ich noch so länger im Inmeer getragen und habe dann nochmal gedacht, stell dir mal vor, man fährt nur alle zehn Jahre Alpdales oder so. Was meinst du, was dann da erst los ist? Dann drehen ja noch mehr Leute durch. Vielleicht muss man jedes Jahr fahren, um den Ganzen noch mehr die Schärfe zu nehmen. Die Frage ist, ob man überhaupt einen Anstieg wie Alpdales braucht, weil es ist jetzt, also der hebt sich ja durch nichts Besonderes hervor, außer dass es diese 21 Kehren gibt, aber der hat ja jetzt keinen besonderen Schwierigkeitsgrad. Also da könnte man auch lieber jedes Jahr über die italienische Grenze fahren und den Colle dell'Aniello fahren. Also der ist doppelt so schwer und doppelt so lang. Ja, ja, du, das ist, keine Ahnung, meine Mutter fährt seit 30 Jahren, glaube ich, eine Citroën 2 CV6 Ente. Ja, das macht die nicht, weil die einen so einen geilen Motor hat oder weil das das sicherste Auto ist, sondern weil es in gewisser Hinsicht Kult ist und sie es mag. Und Alpdales ist halt Kult, ob wir das mögen oder nicht. Wenn du mich jetzt fragst, welcher der schönsten Anstiege, die du je gefahren bist, wird Alpdales da auch nicht bei sein. Aber ich finde, das gehört dazu, als Rennradfahrer einmal Alpdales gefahren zu sein. Es ist einfach Name, es ist Nimbus, es ist Geschichte und in diesem Jahr halt keine schöne Geschichte. Das muss man einfach wirklich, wirklich so sagen. Ja, das ist vielleicht irgendwie wie für einen Fußballer, weiß ich nicht, am Millern-Tor zu spielen. Es hat auch keinen sonderlich sportlichen Wert, ohne den jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Aber es ist halt einfach, ja, so eine Kultstätte dieses Sports. Und genauso ist es deshalb auch im Radsport mit Alpdales oder dem Mont Ventoux. Genau, wobei ich dem Mont Ventoux jetzt, das ist auch schon ein herausragender Berg. Definitiv, ja. Also der lässt sich da vielleicht schwierig mit Alpdales vergleichen. Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil er aufgrund seines Alleinstellungsmerkmals in dieser Umgebung und so. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher war von den Bergen der schönere zu fahren oder wo hatte man mehr Gänsehaut oder so das Gefühl, hier macht man gerade was Besonderes. Hatte ich in beiden Fällen. Aber das war schon nochmal eine andere Kategorie. Das eine war rauskategorie einfach. Und damit meine ich nicht Alpdales. Ja, aber trotzdem finde ich es dann schwierig. Also die Organisation hat es dann ja hinterher immer noch als Rennunfall deklariert, dabei dann von einem Rennunfall zu sprechen. Weil es war ja so, dieses Polizeimotorrad, was da vor dieser Favoritengruppe herfuhr, fuhr ja so weit links rüber, um da Zuschauer sozusagen zurückzudrängen. Und nur deswegen mussten die Fahrer nach rechts ausweichen und kamen auf der rechten Seite so nah an die Zuschauer. Und eigentlich ist es ja die Aufgabe der Organisation, der ASO, die Sicherheit der Fahrer zu garantieren. Und dann kann ich, ich finde es dann schwierig, das hinterher als Rennunfall zu deklarieren. Ja, also für mich war das auch kein Rennunfall. Rennunfälle sind noch einige passiert und da haben wir heute auch noch ein Beispiel von gesehen. Aber das war kein, für mich ist ein Rennunfall. Also da konnte ja auch in dem Sinne der Fahrer nichts dazu. Genau. Obgleich ich da natürlich jetzt auch diesem Fan oder diesem Zuschauer da keine Absicht unterstellen will. Ich glaube, der, na, ist schwierig zu beurteilen, aber der war einfach sich dem nicht bewusst, wie gefährlich das ist, wenn man da so Gegenstände wie ein Fotoapparat mit so einer Umhängeschlaufe dabei hat. Oder man einfach zu nah an die Fahrer rangeht. Also das war jetzt ja auch keine bewusste Aktion irgendwie gegen einen Fahrer. Ja, nein, überhaupt nicht. Für mich ist ein Rennunfall halt ein Unfall, der in gewisser Hinsicht auf das fahrerische Unvermögen oder auf ein zu hohes Risiko oder ein, meinetwegen auch eine höhere Gewalt klingt blöd. Aber das beste Beispiel, was, greifen wir vorweg, Philipp Schibert heute passiert ist, das war ein Rennunfall. Der hätte die Situation vermeiden können, wenn er einfach mit 10 kmh weniger darunter gefahren wäre. Punkt. Ja klar, das hatte er selbst in der Hand. Also er war selbst eigentlich daran schuld, wenn man es so nimmt. Ja, schuld finde ich zum Beispiel auch letztes Jahr, ja doch, schuld ist, ich finde schuld ist immer so ein hartes Wort. Aber er hätte es durch anderes Fahrverhalten vermeiden können. Es lag in seinem eigenen Vermögen, das zu vermeiden, ja. Aber es gibt ja auch Situationen, die sind nicht in deinem eigenen Vermögen, die würde man dann als Pech oder, na, ich denke, ich versuche gerade eine Situation zu kreieren, aber fällt mir keine ein. Ja, ja, stimmt schon, also es war in seinem eigenen, sein eigenes Handeln. Ich muss da auch sagen, weil Werde letztes Jahr denkt, wäre der in die Kurve langsamer reingefahren, wäre da auch nicht abgestürzt, ne, das wäre aber weggestürzt. War halt auch kein Rennunfall. Aber wir hatten ja noch so eine zweite Situation in Alp 2S, wo glücklicherweise nichts passiert ist, als nämlich dieser Zuschauer da Chris Froome auf den Rücken geschlagen hat. Das war aber wirklich eine gezielte Attacke gegen einen Fahrer und das Bizarre eigentlich daran ist so, dass beispielsweise Copeland, der Generalmanager der Bahrain-Merida-Mannschaft, seinen Fahrern gesagt hat, ja, sie sollen nicht hinter Froome fahren, weil er halt eine Zielscheibe ist. Also der hat denen das verboten, sozusagen. Ja, und das ist ja auch schon eine Bankrotterklärung eigentlich fast, ne? Also, oder, 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 wie soll man sagen, fahr nicht hinter Froome her, der, der wird von den Zuschauern runtergeholt, das, das kann ja auch nicht im Sinne des, des Rennens sein, blöd gesprochen, ne? Gar nicht, ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, man hätte, also das Beste, was man eigentlich hätte machen können, ist darüber jetzt nicht so den Zuschauern oder diesen Leuten, die da irgendwie gegen einen Fahrer an die Strecke gegangen sind, noch eine Plattform bieten. Und genau das hat ja jetzt wieder Dave Brails fortgemacht, der sich da eigentlich wie ein Elefant im Porzellanladen verhält und sagt, ja, das ist eigentlich ein rein französisches Problem, dass seine Fahrer ausgebucht und, ja, verbal angefeindet werden. Also, wäre ja in Italien nicht so gewesen. Und damit macht man sich natürlich am Straßenrand nicht unbedingt viele Freunde, denke ich. Ja, das ist auch taktisch, also, was heißt taktisch, aber so, so, so dumm. Der verhält sich einfach so dumm. Also, Elefant im Porzellanladen trifft sehr gut. Also, äh, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass seine Fahrer, wie Froome zum Beispiel, in der, zum Beginn der Tour immer so, hatten wir hier zumindest so gesehen oder ich so, äh, vorrangig, sich versuchen so ein bisschen unter dem Radar so, so, ich will nicht sagen, so bedeckt wie möglich zu halten, ne? Und der poltert da, äh, wie der Jump des Radsports durch die Gegend, ne? Ohne so richtig zu wissen, was, auf was das Team ausläuft. Kurios. Gerade ist sich da vielleicht auch sein, der Wirkung seiner Aussagen so gar nicht bewusst, also. Und das, wo das Team ja eigentlich eines ist, wo was, was wirklich sonst alles durchdenkt und durchspielt und, ähm, akkurat unterwegs ist. Also, sehr. Ja, aber wie heißt es so schön, denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Also, mit so einer Aktion ist es natürlich dann, ähm, trägt man natürlich maßgeblich dann noch dazu bei, dass, dass die Aggressivität gegen die Mannschaft geschürt wird. Ja, klar. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Ähm, kommen wir dann aber, gab es noch was, was es dazu zu geben, sagen, zu sagen? Ähm, ja gut, also. Nibali raus. Kurz sagen, ähm, dem Fahrer Nibali, der wird jetzt circa, also die erste Diagnose ist, dass er 14 Tage nicht auf das Fahrrad steigen kann. Und, womit aber momentan immer noch der Plan ist, dass er zur Vuelta wieder fahren kann. Und er kann zumindest schon wieder, ja, spazieren gehen und, ähm, so Aqua-Übungen, also im, im Schwimmbecken machen. Also im Prinzip das, was für mich mein Hochleistungssport ist. Ja, also das, das war ja so unser... Das weiß ich nicht, also, äh, ich beobachte dich da ja nicht. Schlimm genug, schlimm genug, schlimm genug. Nee, ähm. Das war ja unsere größte Befürchtung, dass dann jetzt eventuell dann vielleicht sogar die WM für ihn gefährdet wäre. Aber, ja, es sieht da jetzt nicht, vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei einem Toni Martin aus, der dem wirklich verordnet wurde, vier Wochen das Fahrrad in die Ecke zu stellen. Ja, ja. Ach, ach, ach. Also, wie gesagt, das ist einer meiner größten, ähm, oder das fände ich einfach, wenn das jetzt noch so das Ergebnis dieser ganzen Geschichte ist, dass er auch die, äh, Weltmeisterschaft da stecken lassen muss. Das fände ich wirklich, wirklich, wirklich schade drum. Ähm, vielleicht an dieser Stelle auch noch eingeschoben, wenn wir gerade beim Team, äh, bei Rhein-Mirida sind, ähm, Gerüche, also, Marcel Sieberg, Phil Bauers, sehen wir die nächstes Jahr in den Farben? Ja, durchaus denkbar, ja, weil diese, ja, deutsche Phalanx bei Noto Sudal wird ja definitiv auseinanderbrechen. Ähm, Andre Greipel, das wurde ja schon so kommuniziert, wird das Team verlassen. Und dann ist die Frage, was passiert mit Marcel Sieberg? Also, ich kann mir eigentlich, na, zwei Optionen vorstellen. Greipel nimmt beispielsweise einen Mann wie De Beuist als Anfahrer mit oder er nimmt Sieberg mit. Mhm. Also, und sollte Sieberg dann nicht in dem Greipel-Team, in dem neuen Unterkommen, wäre es durchaus denkbar, dass er zu Bahrain-Mirida geht, weil die ja natürlich auch Interesse daran haben, so die Klassiker-Fraktion nach und nach zu stärken. Und Marcel Sieberg, also einen besseren Helfer für die, für die Nordklassiker, kannst du ja auch kaum bekommen. Und zudem ist er auch vielseitig einsetzbar und, ja, im Sprint eine echte Waffe. Mhm. Ich, als ich das gelesen habe, äh, ich war nur in dem Moment ein bisschen irritiert, weil ich dachte, hm, also, ähm, weil Sieberg und Greipel ist für mich immer so ein bisschen so das Duo gewesen, ne? Ja, also, dass die, die immer gemeinsam da unterwegs waren und, äh, dass ich das jetzt trennen würde oder dass ich das trennen wird, äh, fand ich, fand ich im ersten Moment, ich meine, klar, die sind nicht miteinander verheiratet, ne? Aber nichtsdestotrotz war im ersten Moment ein bisschen überraschend für mich, wenn das so kommen wird oder würde. Als ich dann las Phil Bauhaus und, ähm, ähm, Sieberg nach Merida, dachte ich so, hm, kommt jetzt noch die Meldung von Greipel oder, äh, wie, wie soll das laufen? Aber das, äh, scheint ja nicht so zu laufen. Ja, aber gut, das kann natürlich auch jetzt sich noch in eine andere Richtung entwickeln und häufig ist es ja, ist es ja auch so, dass du so ein Sprinter immer nur ein Paket bekommst und kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass die beiden dann noch, noch weiter zusammenfahren, zumal die ja wohl auch, du weißt es ja sicher besser, ganz dicht beieinander auch wohnen und immer zusammen trainieren. Ähm, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Also ich weiß, wo Greipel wohnt, äh, Greipel, ich weiß, wo du wohnst, äh, aber, ähm, Marcel Sieberg, also, würde mich jetzt nicht wundern, ne? Wenn die zumindest, was man weiß oder was augenscheinlich gar kein, ähm, Geheimnis ist, dass die sich einfach, äh, sehr, sehr gut verstehen, äh, und, ähm, ähm, äh, ja, wo wohnt der denn? Mal gucken, Marcel Sieberg, hat der, äh, wie heißt das hier, Strava? Bestimmt. Ähm, und sehr gut miteinander befreundet sind und, äh, deswegen gehe ich auch davon aus, dass, äh, die da gegebenenfalls gar nicht so weit beieinander, also ich weiß, dass zum Beispiel, ähm, Greipel mit Pollet auch schon mal unterwegs ist, also hier gibt es ja so eine ganze, wie soll man sagen, Fraktion oder, oder Anzahl an Fahrern, die hier in der Gegend wohnen, Luke Rowe glaube ich auch und deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, ähm, finde jetzt aber nicht so auf die Schnülle. Naja, wollen wir die Zeit nicht hier mit, äh, mit, äh, recherchieren verbringen. Kommen wir dann vielleicht einfach mal zur nächsten Etappe, der Etappe, die sich dann an dem darauf folgenden, äh, Freitag nach dem Alp-Duez, äh, ja, dargestellt sollte und zwar die Etappe von, äh, Bordeaux. Person auf Balance. Oui, danke. Ähm, war eine Etappe, die von vornherein dann, oder wo wir auch gesagt haben, das könnte eine Sprinter-Etappe werden, deswegen auch so, äh, traurig dann, dass, ja, äh, ein, äh, Moment, warte mal, ich glaube, ich werfe gerade das durch, äh, doch, da war Greipel ja auch raus, klar. Hatten wir auch gesagt, traurig, dass Greipel dann nicht mehr dabei ist, weil das hätte so ein Tag für ihn werden können, ähm, zusammengefasst den Tag, ich glaube, viel muss man nicht sagen, es war eine Sprinter-Etappe und es wurde eine Sprinter-Etappe und es wird eine bleiben. Klar, obgleich sich da eine Ausreißergruppe um Thomas de Gent versucht hat, ähm, ja, hatten wir ja vorher vielleicht vermutet, dass zu wenige Sprinter dann da sind, um, um da ihre, ihr Heilen in einem Massensprint zu suchen, aber es haben sich dann doch Teams wie Bora beispielsweise gefunden, die da ein Interesse an einer Massenankunft hatten und, ja, das, die wurden halt, glaube ich, auch nie weiter als vier oder vier Minuten weggelassen und, ja, gut, am Ende gab es dann einen Massensprint. Ja, und es war auch eine recht eindeutige Sache, dann Peter Sagan war, war da nicht zu schlagen. Ja, also ich glaube, zum damaligen Zeitpunkt stand es rechnerisch noch nicht hundertprozentig fest, dass er das grüne Trikot holt, aber nach der Etappe 398 Punkte zu 170, äh, das war schon eine recht eindeutige Geschichte und da war auch nicht groß, äh, an Diskussionen nötig, ähm, was passiert. Hinten raus ist nicht viel passiert, äh, bei anderen Fahrern und, ähm, unseren täglichen Craddock gibt uns heute, auch Lawson Craddock kam ins Ziel, diesmal noch nicht mal als letzter, also es hatten sich noch zwei Fahrer dahinter einsortiert, ähm, 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 als vor, vor, letzter. Auch er weiter im Rennen im Gesamtklassement hatte sich insofern nur leider Gottes etwas getan, weil Vincenzo Nibali rausgegangen ist und ansonsten, um die Situation vielleicht jetzt auch nochmal kurz zu erläutern, äh, Gerard Thomas, For, Christopher Froome, Tom Dumoulin, Primo Schlocklich, Thoreau Maud, Bardet, Mikkel Landa, Krüßweig, Quintana, Daniel Martin, Fugelsang. Ich hatte zu dem Zeitpunkt so ein bisschen die Sorge und die hat mich bis jetzt nicht so ganz, ähm, wie soll man sagen, verlässt eine Sorge oder ich bin sie nicht ganz losgeworden, dass nicht mehr, dass, dass jetzt zu dem Zeitpunkt so mit das Spannendste noch ist, wird's Gerard Thomas oder Chris Froome? Mhm. Schlimm, oder? Ja gut, du hast halt, ähm, ja, halt einen, einen sozusagen, einen Feuerwerker da verloren durch, durch, durch Nibali und das ganze Team Bahrain Merida war dadurch natürlich relativ zahnlos und die ohnehin schon existierende Übermacht der Sky-Mannschaft wurde dadurch nur noch verstärkt und, ja, da stellt sich die Frage, also, wer hat da überhaupt noch die, die Manpower, um großartig in den Bergen anzugreifen? Also, du musst halt sehen, das Team von Romain Bardet, sie sind, glaube ich, auch schon auf vier Fahrrad dezimiert. Team Lotto, NL Jumbo, Tom mit, ähm, Primoz Roglic und Steven Kreuzweck. Kreuzweck, ja, gut, ähm, bei Roglic stellt sich die Frage, wie hält er sich in der dritten Woche und Kreuzweck hatte da auf dem Weg nach Alpe d'Huez, ja, versucht, den Froome zu machen, aber, ja, hat da auch recht viel, recht viele Körner gelassen und die Movie-Star-Mannschaft, ja, die fliegt eigentlich... Ist die noch da? Sind die noch da? Mit allen ihren drei Kapitänen völlig unter dem Radar. Also, das ist irgendwie, also, ich, ne, Agite, sehr hattest du erwähnt, ne, 1, 2, 3, 4, 5, war noch mit fünf Fahrern am nächsten Tag, aber, ähm, ähm, äh, um vorweg zu greifen, äh, die 14. Etappe war jetzt auch nicht die, der Tag des Romain Bardet, ähm, das war alles irgendwie, Also ich habe zu dem Zeitpunkt und es wäre jetzt kein großer Spoiler, dass ich seitdem in der Hinsicht auch jetzt nicht übertrieben viel getan habe, man hat so ein bisschen den Eindruck, ja, gut, läuft, aber mehr auch nicht irgendwie. Also alle Trikots sind, man möchte fast sagen, wenn man jetzt, das war Etappe Nummer 13, dass nach Etappe 13 schon in, wir haben, sagen wir mal so, es wird sich voraussichtlich, das Team ist schon fast klar, wenn jetzt nicht noch irgendwas passiert, was mich freuen würde, nicht für die Fahrer, denen ist es passiert, aber wenn irgendwas Aufregendes passiert, wir haben das gelbe Trikot klar, wir haben das grüne Trikot klar, Trikot, weiße Trikot ist jetzt, auch relativ klar schon, okay, im Vergleich zu den anderen nicht, aber ist eine Tendenz zu erkennen, sagen wir mal so, um was sollen wir uns jetzt noch kümmern, um Land und Leute? Nö, also Oder machen wir das am Ende, machen wir das am Ende, weil, dann lass uns mal die Etappe Beispielsweise, also was halt noch spannend ist, da gab es dann, um es vorwegzunehmen, heute auch einen Umsturz, die Mannschaftswertung. Ja, gut, aber wenn wir uns darüber jetzt schon freuen, Du weißt, was ich meine, ne? Ja, es ist, also, du hörst vielleicht nicht so, man hört vielleicht nicht so ganz die Ironie aus meinen Worten, aber Du hast vollkommen recht. Machen wir mal die anderen Etappen weiter, ne, weil Zumindest kann man sich ja vielleicht mal hier bei der einen oder anderen Etappe über eine Winzigkeit freuen. Ähm, und wenn wir uns dann darüber freuen, dass ich die Namen völlig ausfragen, ich gehe von Saint-Paul-Trois-Château nach Mende. Monde. Monde, okay, aber ich sage 50% richtig. Ähnlich wie der Monde. Achso, Monde. Ähm, ja, war so eine Etappe, hätte etwas werden draus können, ne? Also, erste Hälfte relativ flach, dann langgezogener Anstieg, Kategorie 2, Dreierberg, dann am Ende recht steile Rampe, am Schluss nur so ein Kilometer, oder wie lange war das jetzt, ne? Drei Kilometer, dreieinhalb Kilometer, vier Kilometer, drei Kilometer davon sehr steil. Hat man vorher schon spekuliert, Ausreißer könnten es machen, oder wird an dem langen Anstieg jemand versuchen, langsam mal peu a peu wegzufahren? Mh, naja, was ist am Ende draus geworden? Ja gut, also wir hatten halt ne, ne riesige Spitzengruppe, die da weggefahren war, und es ist halt auch immer die Frage, wie werden solche, solche Etappen, aus denen man potenziell viel machen kann, von den Fahrern interpretiert? Und, obgleich, ähm, ist ja die, die Etappe jetzt vor dem, ähm, eine Etappe sozusagen, also die letzte schwere Etappe im Zentralmassiv vor dem, ähm, Ruhrtag sozusagen war, gut, die Etappe danach, Carcassonne hatte auch noch eine Erstkategorieberg, aber da hätte man schon, schon erwarten können, dass da vielleicht zumindest eine Mannschaft mal geschlossen versucht, irgendwie Krawall zu machen. Also zumindest in diesem letzten, letzten Drittel der Strecke, also, ja. Und auch nur, um den, 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 ähm, Sponsor zu präsentieren, ist ja auch noch deren Job so nebenher, ne, also, dass die Movies jetzt, äh, so, so, ich glaub, die Formulierung sang- und klanglos ist, glaub ich, sehr passend, ähm, da passiert halt nicht so richtig viel, irgendwie, ne. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ein Valverde ist irgendwie schon seit zwei Tagen nicht mehr drin, oder ein, ähm, äh, na, ich vergesse die Namen schon, so selten muss man sie erwähnen, weil das einfach nicht passiert. Oder ein Quintana ist vor drei Tagen nach Hause gefahren, ja, stimmt. Ja, aber gut, da hast du ja halt schon gesehen, quasi, also, die hatten ja auch an dem Tag wieder Amador in der, in der Spitzengruppe und mir kam das so ein bisschen vor, ja, also, als wären die schon nach Alpe d'Huez, hätten die resigniert und würden auf die Mannschaftswertung fahren. Mhm. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum die jeden Tag, äh, versuchen, auf Biegen und Brechen in die Ausreißergruppen zu kommen. Mhm. Hatte ich eine kleine, äh, Twitter-Diskussion auch, ganz, ähm, äh, also auch so, so eine von diesen Twitter-Diskussionen, die man wirklich dann mal machen kann und wo man, ähm, sachlich, aber auch irgendwie, ne, auf, auf, mit, auf, sachlich, freundlich und auf Austausch bedacht hat, aber so eine, so eine, so eine Mannschaftswertung. Wir wissen alle, Movie-Star ist eine Mannschaftswertung sehr, sehr wichtig. Gut. Es gibt Teams, für die sind die UCI-Punkte vielleicht auch wichtig. Das ist, ist für die Movie-Stars nicht so wichtig, weil die kriegen ihre Lizenz schon, ne? Das wäre jetzt vielleicht bei einem anderen, bei anderen Teams wichtiger. Aber jetzt nur noch darauf zu fahren, dass sie die Mannschaftswertung da gewinnen und dann vielleicht deswegen einen siebten, fünften und siebten Platz zu holen, also jetzt die Mannschaftswertung zu verwalten, kann das das Ziel sein? Ist das, ist, ist damit der Sponsor so echt zufrieden? Ja, aber das ist ja, in Spanien wird das glaube ich auch relativ hoch gehängt, also ich denke schon, dass das, ähm, wir können das vielleicht nicht so nachvollziehen, aber für die ist das jedes Mal irgendwie ein erstrebbares Ziel. Dann finde ich, könnten wir ja versuchen mit dem Deutschen Fußballbund bei der nächsten WM die Verpleerwertung mal ein bisschen höher zu hängen und die zu holen. Das klingt für mich genauso erstrebenswert irgendwie. Vielleicht ist das eine andere Kultur, das mag sein, ne? Das, aber so richtig erschließen will ich mir das nicht. Ja, aber gut, diese, diese Ausreißergruppe hat sich dann ja irgendwann in ihre Einzelteile zerlegt und tat einem so ein bisschen leid für Jaspers Durven, der dann lange Zeit vorne war und in dieser sehr, sehr steilen Schloßrampe hinauf zum Flugfeld nach Mond, drei Kilometer mit 10,2 Prozent im Durchschnitt, kurz vor der Kuppe dann noch gestellt wurde. Und einer, der es ganz, ganz clever eingefädelt hat, war Oma Freile, der war meiner Meinung nach der einzige Astana-Fahrer in dieser, in dieser Fluchtgruppe und der hat sich eigentlich immer sehr dezent zurückgehalten und, ja, als es dann in diese Steigung reinging, hat er alle anderen in den Wind gesetzt. Ja, Philipp, als Träger des, war er damals schon, ja, Bayern-Berg-Trikots, war auch mit dabei, der hat dann den zweiten Platz geholt und ansonsten, ja, aus dieser 28-köpfigen Führungsgruppe hat sich das dann alles so rekrutiert. Also die ersten, ähm, ich sag mal die ersten, was war's, ersten drei, Sturver ist ja zumindest noch dritter geworden, äh, vor Sagan, ne, innerhalb von sechs Sekunden und, äh, Simon Geschke, sehr, sehr schön, der hat ja an dem Tag frei bekommen, auch von Tom Dumoulin, äh, mal was zu versuchen, Sechster immerhin, also auch alle Ehren wert. In der Anbetracht der Tatsache gibt's eigentlich auch so eine Nationen, All Nations, genau, wie viele Deutsche waren eigentlich an dem Tag oder sind noch dabei? Geschke, Nikias Arndt, Nils Pollitt, Paul Martens, Degenkolb und Burkhardt, naja, immerhin, na, und da ist, äh, Geschke an, im Gesamtklassmoor jetzt deutlich der Bestplatzierteste, dann mit fast Rang 20 sogar noch. Mhm. Ja, feine Sache. Ja, und dann gab's natürlich, äh, neben dem Rennen um den Etappensieg sozusagen noch einen zweiten Großkampf, der hinten entbrannt ist unter den Favoriten, Sky-Mannschaft vor Tempo und, ähm, einer ums andere geriet in Schwierigkeiten, Roglic hatte zwischendurch angegriffen, wurde auch in dieser Rampe nicht mehr gestellt und hat einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Ja, und eine Szene, die ich sehr, sehr interessant fand, war der Moment, ähm, als so Tom Dumoulin 20, 30 Meter Rückstand vielleicht auf diese, diese Gruppe um Thomas und Froome hatte und da hab ich was gesehen, was, was man so eigentlich nie sieht von Chris Froome. Er hat sich umgedreht und zurückgeschaut, ob Tom Dumoulin da nochmal rankommt, weil ansonsten guckt er immer nur auf seinen Computer und das war, war vielleicht so ein kleiner Fingerzeit für die, Fingerzeit für die dritte Woche. Meinst du? Ja, also, ich kann mir schon vorstellen, dass auch ein Chris Froome etwas nervös ist, weil sowas macht er sonst nicht. Ja, das stimmt, also sonst sieht man ihn immer nur nach vorne, also seltenst nach hinten schauen. Und ich glaube auch, dass der mehr Respekt vor einem Tom Dumoulin als vor Garen Thomas, seinem eigenen Teamkollegen hat, weil den hat er noch einigermaßen, also das kann er vielleicht ein bisschen steuern, aber sind jetzt auch nur elf Sekunden im Clasement auf Tom Dumoulin und der ist der bessere Zeitfahrer als Weltmeister als Chris Froome. So, wir mussten gerade kurz unterbrechen, weil der alte Mann auf die Toilette musste. Sag nochmal deinen Gedanken mir, Alpe d'Huez habe ich noch im Kopf. Ja, also man hat ja gesehen, Chris Froome hat versucht, in Alpe d'Huez da wegzufahren von Tom Dumoulin. Die erste Phase der Attacke ist geglückt, er ist weggekommen, aber Tom Dumoulin, der ist ruhig geblieben, hat die Pace erholt und hat dieses Loch zu Froome wieder zugefahren. Und der hat, da hat man in seinem Gesichtsausdruck gesehen, dass ihm das gar nicht geschmeckt hat. Nee, vor allen Dingen, weil jetzt, ne, also Tom Dumoulin, ich glaube, also wenn ich Froome wäre und jetzt so langsam peu a peu bei mir die Müdigkeit einkommen würde, was ja wirklich das menschlichste überhaupt wäre und jeder von uns nachvollziehen könnte. Und er sieht, dass er müde wird und Tom Dumoulin vielleicht auch müde, aber nicht schneller müde, ne, also dass es so eine Frage wird, wer von den beiden wird schneller müde oder wer ist kaputter oder wer, wessen Motor geht langsamer, ähm, geht langsam aus, ne. Also das wird mich dann auch beunruhigen, so nach dem Motto, der geht nicht so kaputt, wie ich es mir vorstelle. Also, ja, ne, ich sag ja die ganze Zeit, Thomas kriegt man Tine intern wahrscheinlich noch klein, aber Tom Dumoulin. Und Roglic und so weiter, da kann man halt nix machen. Insofern stimme ich dir da schon zu, also dass Dumoulin definitiv der gefährlichere von beiden ist, von Thomas und Dumoulin. Ja, sind wir gespannt. Aber ich fand auch von Roglic diese, wie viele Sekunden waren es jetzt, drei oder sechs? Das ist ja auch, ne, aber es war zumindest mal so ein Fingerzeig, so nach dem Motto, hier, ähm, ich bin auch mal bereit hier. Naja, acht Sekunden. Acht Sekunden, okay. Äh, ich, ich werfe hier meinen Hut hin, ne, ich bin bereit nochmal extra was zu geben für ein paar Sekunden und es gibt keine Bonussekunden oder sonst was. Ne, man muss ja auch erst mal die, die Beine haben, da diese acht Sekunden rauszufahren. Definitiv, ja, also das war schon, schon eine ganz, ganz starke Nummer. Ja, sehr, sehr schön. Ähm, das sind ja so die kleinen Lichtblicke, die man dann hat, ne, ähm, äh, da, die man da bekommen kann. Gut, dann war das die Etappe am vergangenen Sonntag, also quasi. Sonntag. Warte, bist du sicher? Ja, danach kam die Sonntagsetappe, die Etappe vor dem Ruhrtag. Ja, genau. Von Milo nach Carcassonne. Das war's. Carcassonne ja dann auch wieder ein, ähm, ja, ein gern gesehener und oft, oft benutzter Etappenort. Ja, dann machen wir, dann machen wir mal den, äh, Sonntag. Und wie, wie du gerade schon sagtest, nach Carcassonne, ja, business as usual, ne? Also man hat, man erwartet sich ja vor so einer, ähm, 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 sag mal schnell, vor einem Ruhrtag dann doch vielleicht davon, dass die, ähm, die Spitzenleute vielleicht mal ein bisschen was riskieren oder, aber da vorne hat sich jetzt nichts getan, um es mal jetzt, äh, diesen Wind sozusagen direkt aus den Segeln zu nehmen. Auf den ersten 13 Plätzen 0 Nader Niente. Nö, also es war quasi ein kopiertes Szenario vom Vortag. Große Fluchtgruppe fährt weg. Kommt über den Berg. Er gleicht sich am letzten Anstieg und, ähm, ja, am Ende, ja, auf jeden Fall verdient der Sieger mit Magnus Cord Nielsen für die Astana-Mannschaft. Am Vortag war es sein Teamkollege Oma Freile, der gewonnen hatte. Mhm, also haben die sozusagen da auch noch so ein bisschen ihr Happy End bei dieser Tour de France gefunden, weil der Kapitän Jakob Fugesang, ich will nicht sagen, dass er sich jetzt hinter den Erwartungen steckt, also ist im Gesamtklass mal neunter, aber vielleicht, ja, für ihn da auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Ähm, kommt da nochmal was, also mit 33, wenn jetzt nicht, jetzt, also klappt der Knoten, äh, Platz der Knoten zu einem Gesamtklass-Mans-Aspiranten oder ist einfach diese zehn, zehn Tage oder eine Woche Rundfahrten, so Dauvinet oder so, ist er, die Österreich-Rundfahrt, habt ihr mal gewonnen, ist das einfach sein Ding? Ich glaube, er ist einfach nicht, er ist nicht hart genug für drei Wochen. Das glaube ich nicht, aber er hatte ja auch in den letzten Jahren viel Pech, können wir uns daran erinnern, letzten Jahr hat er sich da den Ellbogen irgendwie gebrochen, ist da einen Tag freihändig gefahren, aber, ähm, ja, er war auch ganz oft in der Rolle, dass er Helfer für irgendwelche Fahrer war. Früher war er der Adjutant der beiden Schlecks, danach musste er für Nibali bei Astana fahren, lange Zeit und jetzt ist er das erste Mal eigentlich so in der Rolle, dass er auf eigene Rechnung bei so einer Grand Tour fahren darf. Ja, also, er gehörte, also ich hatte ihn jetzt im Vorfeld auch nicht zu den Top-5-Favoriten gezählt und, ja, vielleicht mitten, vielleicht kommt er jetzt noch ein bisschen besser in den Schuss in den Pyrenäen, da geht mit Sicherheit auch nach vorne noch was. Ja, also ich glaube auch, dass der, also ich wüsste jetzt nicht, ich würde nicht sagen, dass da jetzt, also so eine Top-10-Platzierung finde ich, dafür ist er gut und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der ein oder andere vor ihm da noch eingehen wird, zumindestens, wenn man das bei der Etappe 15, die bei Etappe 15 vor ihm liegenden betrachtet, dass er noch der ein oder andere eingehen kann und vielleicht kommt er ja so auch dann nochmal unter die 6, 7, 8 oder so etwas. Ja, aber um nochmal auf das Finale dieser Etappe zurückzukommen, es haben die beiden Astana-Fahrer, übrigens zwei Dänen, sehr, sehr clever eingefädelt in diesem Finale, also, erst hatte Walgren attackiert und dann hatte es Gordon Nielsen probiert und, ja, sie waren da in einer Überzahl-Situation in der Gruppe und haben das mustergültig eigentlich ausgenutzt. Und es gab ja in diesem, auf diesem letzten Stück in Richtung Carcassonne gab es ziemlich starken Seitenwind und da gab es dann im Hauptfeld auch so eine Aktion, glaube ich, der AG Dessert-Mannschaft, wo man versucht hat, dieses Peloton noch einmal auseinanderzufahren, hat sich aber niemand überraschen lassen. Sollen wir mal zu dem vielleicht umstrittensten oder dem, wie soll man sagen, meistbesprochensten Aspekt dieser Etappe kommen? Die Causa Moscon? Ja. Weil ich glaube, sonst kann man über diese Etappe wirklich, wirklich, wirklich nicht viel sagen, also man, wir brauchen, ich finde auch, man sollte, muss sich nicht mehr aus den Fingern saugen, als an diesem Tag passiert ist, freut mich für alle, die da vorne gelandet sind, ne, aber, was soll man sagen, ne, also, Gesamtklassement hat sich unter den ersten Top 13 nichts getan, bei dem grünen Trikot, ne, es war auch, ne, von Avamad ist jetzt auch von 6 auf 5, huiuiui, ne, aber sonst ist da nicht viel, was sich getan hat. Alaphilippe, ne, Bergtrikot weiter, ähm, das war's, aber dafür haben wir unseren Misscon, Moscon, dass er uns, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen da unterhält. Moscon, vielleicht kurz die Geschichte, für die, die es nicht wissen, aber ich denke mal, den meisten sollte es bekannt sein, hat sich in der Vergangenheit schon mindestens, ich meine, zwei- oder dreimal hervorgetan, ne, da hat da jemanden Fahrer abgeräumt, da mal jemanden rassistisch beschimpft, äh, dort mal jemanden bedroht oder so etwas, ne, also, er ist kein unbeschriebenes Blatt und dachte sich, jetzt bei der Tour de France, da guckt wahrscheinlich keiner zu, da versuche ich mal einen anderen Fahrer, ich komme jetzt leider nicht aus, aus dem Stand auf den Namen. Eli Gisbert, Gisbert, dem tachel ich jetzt mal eine. Und das mache ich nicht irgendwo im Feld hinten versteckt, sondern wenn, dann mache ich das auch so, da, da hinten könnte man das ja sehen, ich mache das ganz weit vorne, wo keine Kameras sind, dann ist das kein Problem. Und das hat sich dann hinterher, völlig überraschenderweise, als nicht ganz so clever dargestellt. Ich habe es jetzt etwas zugespitzt gesagt, ne, die Meinungen gehen, er sagt ja, er hat die nicht getroffen, ob der Versuch alleine auch schon klug gewesen wäre, steht jetzt auf dem anderen Blatt. Was soll man dazu noch sagen? Also, und wie kann Sky überhaupt diesen Fahrer noch in Erwägung ziehen, weiter bei Sprennen für sich starten zu lassen? Ja, das eine ist halt, was der Fahrer sozusagen an Randgeräuschen macht, aber das andere ist natürlich auch die sportliche Seite und sportlich gesehen ist das natürlich ein Fahrer, der nur schwierig zu ersetzen ist und den du von dieser Qualität nur schwierig bekommst. Deswegen denke ich auch, dass die Mannschaft noch an ihm festgehalten hat, aber jetzt nach diesem neuerlichen Vorfall stellt sich dann natürlich auch vielleicht mal für das Team Sky die Frage, ob sie so jemanden noch weiter mit einem Arbeitsvertrag ausstatten wollen, weil, wie du schon gesagt hast, das war jetzt nicht sein erster Fehltritt. Also, ja, für diese Aktion beispielsweise mit Reza wurde er damals, glaube ich, für einen Monat gesperrt, teamintern, wo er sowieso keine Rennen gefahren ist und die andere Geschichte mit Reichenbach wurde dann, glaube ich, jetzt zumindest seitens der UCI fallen gelassen. Ich glaube, dass die Anzeige von Marc Madiot ist da immer noch anhängig. Ja, aber mit Sicherheit, wie wir vorhin schon über Brails fortgesagt haben, sind das alles irgendwie so kleine Dinge, die sich zu einem Großen und Ganzen zusammenflügen und die mit Sicherheit die Fans, also dem Team Sky keine neuen Fans bringen werden. Nee, absolut. Also genau, die machen gerade alles, nicht alles, aber sehr vieles dazu, um sich unbeliebt zu machen. Ganz, ganz schlicht und einfach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett ohne Grund passiert. Also, ich möchte mir nicht vorstellen, dass jemand noch so blöd ist, das ohne Grund zu machen. Vielleicht ist er ihm an der Seite reingefahren oder sonst etwas. Aber das ist für mich unvorstellbar, wie man sich als Profi so verhalten kann. Egal, wie gut du auf dem Rad bist, es gehört auch mehr dazu, als Profi, als Vorbild und so weiter zu sein. Und da gehört so ein Verhalten einfach absolut nicht dazu. Ja, aber da kann man wieder sagen, wir haben es ja jetzt schon oftmals kritisiert, aber da ist es wieder gut, dass es diesen Videobeweis jetzt gibt. Ja, total. Man hätte ihn eigentlich, finde ich, sogar, die Bilder waren so eindeutig, die hätte man wirklich während des Rennens noch vom Rad holen sollen. Das hätte ich in dieser Situation als wirklich angebracht gefunden, weil da ist ja auch keine Diskussion nötig. Oder das musst du dir auch nicht zehnmal angucken, um dann zu wissen, was da los ist. Das kann sich eigentlich der Schiedsrichter zweimal angucken und dann ruft er beim Team Sky und sagt, Moskorn, bitte, hier hinten, können Sie eintreten, hier ist der Besenwagen, steigen Sie ein. Ich möchte da nicht in der Haut des Besenwagenfahrers gestecken, weil der wird wahrscheinlich ziemlich geflucht haben, oder hätte ziemlich geflucht, aber das geht absolut nicht. Also ganz, ganz schlimme Sache. Und auch wirklich so. Was ich noch mit am schlimmsten finde, diese Dummheit. Also weißt du, wie war noch mal der Fahrer hier bei der Tour de No Way? Da ist es doch offen klar. Lars Bohm. Genau, Lars Bohm. Das war ja eine ähnliche Situation. Also vorne im Feld, wo man auch, also wie kann man nur auf die Idee kommen, dass man damit durchkommt? Das finde ich das Erschreckende und Schlimme daran. Naja. Naja, Moskorn ist dann auch deswegen heute nicht mehr, wurde am Ruhetag. Ja, aber insgesamt denke ich jetzt für das Team Sky, dadurch bedingt, dass wir jetzt schon am Ende der zweiten Woche bei diesem Ausschluss von Gianni Moskorn waren, keine große Schwächung, also sie haben ja immer noch trotzdem sieben Fahrer beisammen und wenn du so die meisten Bergetappen verfolgt hast, beispielsweise auf dieser Etappe nach Alpe d'Huez, ist glaube ich auch Luke Rowe anderthalb Orr-Kategorie Berge von vorne gefahren. Also da waren sie ja noch nicht mal richtig gefordert. Die sind so stark, dass die das einfach kompensieren. Und vor allen Dingen auch, dass, ja die anderen Teams mittlerweile ja auch so, wie soll man das sagen, so dezimiert sind, dass jetzt der eine Fahrer, sie sind ja noch relativ komplett im Vergleich zu anderen Fahrern, der eine weniger ist jetzt nicht schön, aber macht es jetzt im Vergleich zu anderen Teams auch nicht, den Braten mehr fett. Kuriose Geschichte, also, oder dumme Geschichte, dumm, kurios ist das nicht, das ist einfach nur dumm. Ich will jetzt nicht direkt von der Schande für den Radsport sprechen, aber so richtig Freunde macht man sich da nicht. Das hast du schon eben richtig, das war so die Geschichte von der Etappe vorm Ruhetag. Und dann sind wir eigentlich auch schon heute angekommen, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau, wir sind jetzt in den Pyrenäen. 16. Etappe heute. Darf ich, darf ich, darf ich. Von Carcassonne, äh, nach Bar, 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 Bargner de Luchon. Ja. Ja. Bargner de Luchon. Ah, ui, war ich gar nicht so weit weg. Ähm, ich hab die. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit Baden zu tun, also, ähm. Ja, ich bin großzter Bader. Dazu wäre ja gewesen, wenn heute, ähm, Oma Freide die Etappe gewonnen hätte, denn der hat schon einmal in solch einem Kurbadeort, nämlich in Bania di Romano, beim Tiro d'Italia, eine Etappe gewonnen. Der hat's mit Kurbadeorten. Dass du sowas weißt, zeigt aber auch, dass du auch es mit Kurbadeorten hast. Ich weiß nicht, also, es gibt ja auch, glaube ich, noch, äh, Lourdes in den Pyrenäen, Lourdes-Otter-Kamm, wo es da hochgeht, also, da gibt's auch so einen, ja, Kurort. Ja, aber Lourdes ist ja jetzt nicht bekannt für, äh, für, für Badeort, oder? Ist das nicht hier so Wallfahrt und so? Haben die nicht so eine Badequelle? Nee, ich glaube, es ist mehr so Wallfahrt, Lourdes. Also, vielleicht reinigst du da deinen Geist. Hat auch im entfernten Sinne was mit Baden. Ja, ja, natürlich, also, mit Wasser, ne, also, da, da macht man auch aus Wasser. Ja, aber. Aus Wasser Wein machen, Wein, Lourdes, ne, oder über das Wasser laufen, ähm, alles, alles da. Um's vorwegzunehmen, also, von den Gesamt-Klassements-Favoriten ist da heute keiner baden gegangen. Ja, oh, schön, schön, schön. Nein, ist keiner baden gegangen, ne, und es, ähm, ähm, also, welche, welche Bade-Vergleiche haben wir denn noch? Ähm, das musst du auch gerade die Segel streichen, als du über das Wasser fuhr, ähm, blöd. Es gab mal einen Fahrer, der auch einige Grand-Tour-Siege eingefahren hat, der hatte mal den Spitznamen Bademeister. Ja, genau, der damals vom Strand-Kotelett, äh, Schnitzel-Essenerweise direkt den Giro gewonnen hat. Der Bademeister aus Italien, äh, Spanien. Aber Bademeister, Hauptsache Italien. Ähm, jetzt genug gekallert. Äh, du hast das Recht, also, äh, du hast recht. Bei den, äh, Grand-Tour-Fahrer, bei den Gesamtklassements, äh, Favoriten hat sich heute auch mal wieder nichts getan. Äh, äh, Ab-Dschungels, Bob-Dschungels, Platz 12 ist alles beim Alten geblieben. Keine Abstände. Was hat sich getan bei dem Punktetrikot? Auch nicht Will, Van Avermaat hat ein paar Pünktchen geholt, aber da ist seit heute Sagan, meine ich, auch rechnerisch durch. Das heißt, ihm kann man das grüne Trikot nur noch nehmen, indem er ihn vom Rad holt und das wünscht uns, sich, uns und sich, äh, sich und uns wahrscheinlich keiner, äh, ihm und uns keiner. Ähm, du hattest erwähnt, das weiße Trikot, da wäre jetzt doch noch ein bisschen Bewegung reingekommen. Das war, glaube ich, auch für den... Ja, also, ich fand, heute hat sich da so ein, so ein kleiner Zweikampf, so ein Duell eröffnet, ähnlich vielleicht wie beim Giro d'Italia. Diesmal aber nicht zwischen zwei Südamerikanern, sondern zwischen zwei Franzosen, Pierre Latour und Guillaume Martin. Was man da jetzt mit einiger, ich will nicht sagen, Sicherheit sagen kann, aber Egan Bernal hat dadurch, dass er da in die Team-Taktik von Sky eingebunden ist, heute, ja, fast alle Chancen darauf verloren, das noch zurückzuerobern. Sein Rückstand beträgt jetzt 13 Minuten und 50 Sekunden. Es wird schwierig, das bei diesen beiden Bergetappen noch aufzuholen, zumal Pierre Latour auch ein recht formidabler Zeitfahrer ist. Aber der Abstand zwischen Latour und Martin beträgt nur zwei Minuten 29 und die haben sich da heute in der Ausreißergruppe auch recht stark gegenseitig bekämpft. Vielleicht geht man da jetzt beim Team Archie Dessert auch die Ziele etwas realistischer an und sagt, na gut, Romain Bardet, für den ist da eigentlich maximal mit drei Minuten 21 Rückstand im Gesamtklassement und nur noch das Podium drin und wir schaffen uns da sozusagen ein zweites Ziel und versuchen dieses Nachwuchstrikot zu gewinnen. Also man muss ja nicht das eine komplett auf die eine Karte setzen und das andere aus dem Auge verlieren. Aber jetzt so langsam umzuschließen, also Bardet macht zumindest nicht den Eindruck, als sollte man jetzt sein gesamtes Vermögen auf ihn als neuen Toursieger setzen. Schade, aber mit 27 ist er auch noch jung und kann von der Erfahrung, denke ich mal, profitieren. Er ist jetzt die letzten Tage, also seit der Etappe, was war das, Etappe Nummer 10 hat er sich so peu a peu immer ein bisschen nach vorne gearbeitet, aber mit Rang 5 scheint für ihn so ein bisschen der Deckel erreicht worden zu sein. Ja, aber ich fand es also heute zumindest, gerade bei diesen zwischendurch, ja doch, nassen Straßenverhältnissen, hätte ich mir da schon erwartet, dass das da mal in einer der recht technischen Abfahrten irgendwie probiert, weil Team Sky kannst du halt spierig in den Aufstiegen angreifen, dann musst du sie in den Abwarten angreifen, aber ja, auch das, das hat heute keiner probiert und das, für mich ist es so. Die geben sich zufrieden, die werden uns sagen. Ja, aber bei der Etappe nach Roubaix haben in der ersten Woche alle auf die Etappe nach Roubaix gewartet, dann haben alle auf die Etappe nach Alpe d'Huez gewartet, da hat auch keiner was gemacht. Vorher hat er auf der Etappe nach Roubaix auch keiner attackiert. Jetzt warten alle auf diese 65-Kilometer-Etappe und lassen einfach diese Gelegenheiten ungenutzt verstreichen. Und keiner probiert mal irgendwie, also wie man das auf Neudeutsch sagt, all in zu gehen. Also wirklich mal alles zu riskieren. Der Einzige, der es gemacht hat, war Steven Kreuzberg. Ja, ja, klar. Also die wirken sich nicht. Und diese, diese, ja gut, es gab da so drei Attacken in diesem letzten Aufstieg zum Col du Portillon. Zakarin, Fugelsang und zum Schluss, kurz vor dem Gipfel, Landa hatten es da probiert, aber dieses kurze Anziehen von Landa kann ich da nicht als, als richtige, richtige Attacke werten. Nee, das war Alibi. Alibi. Das war so, dass man sich, ich hatte irgendwie, ich habe davon jetzt nur ein paar Bilder sehen können, aber das wirkt auf mich so ein bisschen, wir haben es doch, so dass man es hinterher sagen kann, ja, wir haben es ja versucht. Aber das war alles wie so mit, 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 nicht mit dem Herzen. Angezogene Handbremse, ja. Ja, angezogene Handbremse, genau. Aber bei angezogener Handbremse hätte man ja noch den einen, dann, dann, es stimmt schon. Aber das war einfach nicht mit dem Herzen, ne, das war nicht sowas, äh, mein Gott, ich, ich mochte ihn wirklich nicht, aber ein Contador hat an so einem Tag auch mal, mal ein Feuer abgebrannt, ne. Oder ein Nibali traue ich auch sowas zu. Oder, oder es, es gibt ja genug Leute, die sowas können und gekonnt haben. Vielleicht sind einfach ein paar von denen, die sowas können, noch nicht ganz so weit und die anderen sind schon zu satt und die Dritten befreunden sich, das sind der Mannschaftswertung, da freuen sich jeden Abend darüber, dass sie erst in der Mannschaftswertung sind. Aber das kann ja alles nicht irgendwie so das Ziel sein, also. Ja, und alle, na gut, durch die Erfahrung vielleicht auch bedingt der letzten Jahre, erstarren da einfach so ein bisschen in Ehrfurcht vor dem, vor dem Team Sky. Aber es lohnt sich halt wirklich auch, es wirklich jeden Tag in den Bergen zu probieren, weil du kannst halt immer mal eine Schwäche verschleiern, wenn du, wenn du halt nicht angegriffen wirst. Und so ein schlechter Tag, der kann schnell mal passieren. Also man sollte es zumindest immer mal irgendwie antesten, ja. Ja, wenn du es nicht versuchst, kannst du es geschafft haben. Wir haben es ja beispielsweise beim Giro auch gesehen, als Chris Froome da dieses 80-Kilometer-Solo hingelegt hat. Das hätte auch so ein Tag sein können, an dem sich Froome mit dem fünften Platz in der Gesamtwertung zufrieden gibt und Simon Yates locker das Trikot spazieren fährt in Richtung Rom. Ja, ja, genau. Also gesunde Portionen Unverständnis für mich für diese Gesamt… Gut, ich konnte jetzt verstehen, dass beispielsweise Tom Dumoulin heute nicht wirklich alles riskiert, weil er hätte da nicht viel gewinnen können gegen die Sky-Mannschaft, wenn er da am drittletzten Berg angegriffen hätte, klar. Ja, aber es gibt ja noch andere Fahre als ihn. So Leute beispielsweise wie Quintana, der Achter ist, der schon, ja, nah dran war am Tour de France-Sieg, der wirklich nichts mehr zu verlieren hat, der hätte es auch von weit weg probieren können. Also, ja, das fand ich dann doch recht einschläfernd, was die Classe-Mans-Ersten dort abgeliefert haben. Ja, also… Was ich bemerkenswert übrigens finde, ich möchte ja hier an diesem Punkt nochmal hervorheben, dass Greg van Avermaat im Gesamtklass-Mans immer noch Siebzehnter ist. Stimmt, habe ich jetzt… Ich hatte ihn jetzt mehr so wegen der Punktwertung noch auf dem Schirm gehabt, aber ja, das hätte man vorher auch nicht gedacht, dass der sich so durchkämpft. Also so… Kleines bisschen natürlich bedingt durch das gelbe Trikot, was er lange Zeit hatte und den Vorsprung, aber natürlich also für so einen Klassiker-Fahrer, der sich vorher, also sich eigentlich, glaube ich, nie so gut im Classe-Mans gestagen hat, finde ich das absolut bemerkenswert. Und ja, ich blicke da ja auch immer gerne ein bisschen voraus, vielleicht auch so ein kleiner Fingerzeig in Richtung Weltmeisterschaften, dass er da doch vielleicht eine kleine Rolle spielen könnte. Ja, das halte ich aber… Also weißt du, ich glaube halt, dass er auch ein Fahrer ist, der einen Motor hat, der nicht so schnell kaputt… Der über eine lange Zeit… Er ist ja jetzt über eine lange Zeit problemlos gefahren. Im Sinne von, er hatte keinen schlechten Tag, er konnte hier mal mithalten, dort mal mithalten, aber wenn so Tagesberg… Oder wenn so Bergfahrer wirklich auch an einem Tag alles reinhauen und alles raushauen und alles drumherum kaputt hauen, ich glaube, da ist er nicht stark genug für. Also dann wird er, vermute ich mal… Nö, klar, das nicht, aber immerhin in der Classe-Mans-Wertung noch zu vor Leuten wie Mollema, Newe oder Pozzu-Vivo oder auch in Waren-Bagie, das ist schon sehr stark. Ja, total. Also, alles richtig gemacht. Hätte man ihm wahrscheinlich gesagt, dass er zu diesem Saison, zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Tour noch unter den Top 20 ist, dann hätte er wahrscheinlich vor der… Oder nach den Frühjahrsklassikern gesagt, ja, ja, mach mal. Also, sehr gespannt. Heute sind sie ja auch durch das Tal der Tränen gefahren. Kleine… Auch wieder so eine Randnotiz. Die französischen Bauern machen ja gerne mal so Geschichten, dass sie da irgendwo was blockieren oder mit ein paar Traktoren auf die Straße stellen, um auf irgendetwas aufmerksam zu machen, so heute auch. Oder das war geplant, glaube ich, mit, wie heißt das, so Heuballen. Und das haben dann französische Polizisten versucht mit Tränengas oder mit Pfefferspray, so etwas in der Richtung, ne, zu unterbinden. Und oh Wunder, oh Wunder, da kam Radfahrer. Ja, gut, die haben das halt versucht, die Straße da mit so Strohballen, waren es, glaube ich, zu blockieren, um da halt ihren Protest Ausdruck zu verleihen gegen die Kürzung der finanziellen Mittel durch den Staat für die Bauern. Ja, und die Gendarmerie, die hat da recht rigoros durchgegriffen und hat da gegen diese Demonstranten Tränengas eingesetzt. Aber, ja, es war natürlich vielleicht nicht so ganz durchdacht, dass dann hinterher auch noch da das Fahrerfeld durchfahren muss. Und somit diese Tränengaswolke, die eigentlich die Demonstranten da außer Gefecht setzen sollte, letzten Endes dann das Fahrerfeld getroffen hat. Und, ja, mehr oder weniger die Hälfte des Pelotons hinterher zum Mannschaftsarzt, sag ich schon, zum Renndoktor musste, um da sich die Augen auszuspielen und das Rennen zwischenzeitlich dann halt auch neutralisiert war. Und es stellt sich dann auch die Frage, also gut, es gab da irgendwie das Gerücht, dass diese Demonstranten da im Sinn hatten, diese Strohballen auch anzuzünden, ob man dann da gleich so Tränengas einsetzen muss. Ich habe die Bilder nur, ich habe nur Fotos davon gesehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die da mit einem Tränengasbomber durch die Gegend gefahren sind oder wie das gelaufen ist. Ich finde es, ich glaube an der, in so einer Situation tun sich beide Seiten halt kaum eingefallen. Du kannst ja als Bauer da mehr als genug protestieren, wenn die einfach eine riesige Wand an Heuballen links und rechts aufgebaut hätten und da einfach ihren Protest in Form von Plakaten und so zum Ausdruck gebracht werden. Das wären, glaube ich, auch Bilder gewesen, die man hätte projizieren können. Man hätte keinen Fahrer gefährdet, man hätte einfach auch die Tour da durchfahren lassen können und es wäre nichts passiert. Also, dass man die Straße da absperren muss oder absperren will, brennende Geschichten und so weiter. Ja gut, also wäre das wirklich passiert, dass die da diese Strohballen in Brand gesteckt hätten, dann wäre es halt wirklich gefährlich geworden. Ja, ja, klar. Ich sage, das meine ich ja damit. Also da tut man, mit diesem Protest tut man sich auch keinen Gefallen. Aber die Franzosen, man kann ja schon froh sein, dass sie nicht die Fahrer geköpft haben oder sonst was. Die Franzosen sind ja ja Heroes, da kennen wir nichts. Ja, also wir kennen ja auch einen Franzosen, der solche Proteste auf andere Art und Weise immer gelöst hat. Äh, wen meinst du, auf wen spielst du an? Berner Hino. Achso, ja, was hat der, genau, der hat doch mal einen Protestanten einige getachelt, ne? Genau, der hat einen, so einen Bauernprotest einfach, ja, eigener Hans gelöst. Ja, aber auch schön, dass das jetzt nicht mehr so gemacht wird, liebe Kinder, nicht nachmachen. Ne, das wollen wir nicht. Ja, und am Ende des Tages, ne, gab's auch Ausreißergruppe wieder, ein paar, die am letzten Anstieg, warte mal, wo ich bin jetzt hier, die im letzten Anstieg dann verschiedene Attacken gefahren wurden und dann lagen sie auf einmal alle da, wie die fliegen, ne? Und das sind immer diese Geschichten, wo ich dann sage, boah, hoffentlich tut da sich keiner was irgendwie am Ende bei der letzten Abfahrt und, ähm, das ist heute im Mehreren passiert. Also einmal hat Philippe Gilbert sich sozusagen attackiert und ist in der Abfahrt dann einfach mal das, was man, das, was man getrost als Rennunfall bezeichnen kann, ähm, ein bisschen zu viel Speed in der Kurve gehabt und da hat sie ihn erst der Kurve getragen. Ja, ist dann in der Abfahrt einfach zu schnell in diese Linkskurve reingefahren und ist dann über diese Betonmauer die, die Böschung runtergeflogen und, ja, musste jetzt leider Gottes auch die Tour de France aufgeben. Ach, okay, das ist, das hatte ich noch nicht gesehen. Das war mir neu. Ja, genau, also, es ist jetzt, glaube ich, nichts gebrochen, aber, ähm, es heißt halt, dass er eine riesige Wunde am Knie hat und auch das, das Bein gar nicht mehr so richtig strecken kann und deshalb ist es jetzt, ist das Rennen dann auch für, für ihn beendet. Also er hat sich dann zwar danach wieder aufs Fahrrad gesetzt, ist die Etappe, glaube ich, noch zu Ende gefahren, ja, wird die Fahrt dann aber morgen wieder nicht auf, nicht wieder aufnehmen können, aber im Anbetracht der, der, des ersten Blicks und der Schwere des Unfalls kann man ja sagen, dass, dass er da noch gut weggekommen ist. Also es hat mich so ein bisschen an, an diesen Sturz im letzten Jahr bei der Lombardal-Rundfahrt in der Abfahrt von der Murro di Sormano erinnert, wo man dann nur noch von Backelands dieses, dieses Fahrrad in vier Metern Höhe hat hängen sehen. Ja, also das war wirklich so, ach du Scheiße, weil man hat ja auch, das hätte jetzt irgendwie, wie Jan Ullrich damals, ne, also es hätte sein können, dass der einen halben Meter tiefer im Flussbett liegt und sich kaputt lacht und einfach nass da liegt oder das hätte auch sein können, dass es da einfach 20 Meter weit tief runter geht, ne, also das, da war alles drin und da hätte auch alles passieren können. Ja, zumal noch sehr ärgerlich, er war halt zu dem Zeitpunkt auch der Führer des Rennens. Mhm, genau. Was, äh, Yates hat's geschmissen, ne, der einfach, ja, in einer zu sehr, äh, in führender Position einfach ein bisschen zu viel riskiert hat vielleicht, der zu sehr unter Druck stand, äh, das zu machen. Nö, ich glaube einfach, der ist diese, das war glaube ich auch eine Linkskurve einfach falsch angefahren. Also, du hast ja gesehen, wie Alaphilippe, der eben da im Nacken saß, ähm, hinterher dadurch gefahren ist, also zwar auch schnell, aber hat die Kurve halt in einem ganz anderen Winkel angefahren und von daher hat man da schon. Ja, vielleicht kannte der die Strecke besser oder, oder, ne, hat weniger Druck drauf gehabt, hatte weniger, ich finde es ist halt auch immer schwer, wenn du, wenn du vorweg fährst und sie, und, und weißt, okay, Durchsage, Race Punk, ne, Alaphilippe, 30 Sekunden hinter dir, 28 Sekunden hinter dir, dann bist du vielleicht auch ein bisschen, in dieser Stresssituation machst du dann vielleicht auch solche Fehler, das kann ich mir gut vorstellen. Definitiv, aber Alaphilippe ist schlicht und weg der bessere Abfahrer als Yates. Das, da, äh, ne, da beißt die Maus kein Fahrrad ab, das ist eh der Fall, ne, also das, 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 das. Also wenn du gesehen hast, wie der da runtergeknallt ist, also das war allerhöchste Kunst. Möchte man, also bleibt mir immer, ne, es ist auch wie, ähm, das, wie soll man sagen, wie das? Kopfsteinpflaster, eine Disziplin des Radsports. Danke. Genau so ist es. Ja, und, ähm, die beherrscht, äh, Alaphilippe nochmal sehr gut und deswegen, wer schnell hochfährt und schnell runterfahren kann, hat dann auch das Bergtrikot und, ähm, ja, äh, hat den Etappensieg, den zweiten Etappensieg für Alaphilippe heute. Und, also nicht heute, sondern insgesamt bei der Tour dieses Jahr, ähm, zu Recht freut er sich darüber und wie gesagt, ich glaube, über das Gesamtklassement muss man jetzt zum heutigen Tag nicht viel an Worte verlieren. Immer noch Thomas, Fafrum, Dumoulin, Roglic, Spardé, Landa, Grösweg, Ventana, Fugelsang und Daniel Martin. Was passiert mir? Ja, aber wie ich es gerade schon gesagt, also vorhin mal anklingen lassen habe, Bahrain Barida, die heute drei Fahrer in der Spitzengruppe hatten, das Mannschaftsklassement von Movistar übernommen. So, und das haben die jetzt davon, dass sie sich die ganze Zeit da nur, äh, verstecken. Das müssen wir auch mal sagen, ne? Also hätten sie vielleicht mal irgendwann zwischendurch was riskiert, aber ich möchte jetzt einfach nicht, dass bei der Tour de France, äh, zwei Mannschaften mit je, wie viel Fahrer haben die da noch? Ähm, also wenn es am Ende in gewisser Hinsicht eine Spannung mit sich bringt, aber dieses Mannschafts, Mannschaftswertung, ich weiß nicht. Gut, bei Bahrain Barida kann ich es ja irgendwie verstehen, die wären nicht, wären nicht da drauf gefahren, würden jetzt noch ums Gesamtklassement mit Nibali kämpfen, aber bei Movistar, die verschleißen da jetzt jeden Tag die Helfer in den Ausreißergruppen und am Anfang denkt man vielleicht noch, das sind eher so Leute, die dann später im Finale einem Landau oder einem Ketana helfen sollten, aber die halten da ja auch voll mit rein in diesen Spitzengruppen. Daran sieht man eigentlich schon so, dass die, ah, eigentlich dieses Mannschaftsklassement sehr stark priorisieren. Ja, also den Rest haben die einfach jetzt schon intern abgeschrieben, glaube ich. Die machen sich jetzt noch eine schöne Woche. Obgleich man natürlich sagen muss, die dritte Mannschaft ist jetzt Astana, die da so gar keine Chance mehr haben mit 56 Minuten Rückstand. Also Movistar hat jetzt nur eine Minute acht Rückstand, die könnten das morgen auch wieder drehen. Kommen wir mal zu morgen, beziehungsweise dann vielleicht auch schon mal zu den nächsten Tagen, die sich da anschließen. Morgen kommt diese oft besprochene, schwer einzuschätzende, was wird passieren, Etappe von 65 Kilometern von, ne, vom Lurch nach Portet. Was erwartest du dir von der Etappe? Nein, was wünschst du, was passiert und was glaubst du, was passiert? Frag mal so rum. Ja, der Wunsch ist natürlich, dass die Teams, die eigentlich so nichts mehr zu verlieren haben, sage ich mal, wie ich es gerade schon erwähnt habe, Movistar, vielleicht auch Romain Badet, Agile Dessert mit Latour und Badet und vielleicht auch, ja, Lotto NL Jumbo von Anfang an Feuerwerken und gleich am ersten Berg vielleicht was probieren, weil es geht ja eigentlich nur rauf und runter und, ja, erwarten tue ich aber letzten Endes, dass da irgendwo maximal noch Tom Dumoulin in den, in diesen Sky-Kampf eingreifen kann und ich fürchte fast, dass morgen Chris Froome diesen Tag außer Korn hat, um einen Solo-Ritt hinzulegen. Hui, das kommt für mich überraschend. Das hatte ich so noch nicht bedacht. Ja, wann, wann, wenn nicht morgen, soll er also diese Minute 29 oder die er da auf Garen Thomas hat, zurückfahren, wenn nicht morgen? Ich, ja, schwer zu sagen, ich, du meinst dann auch mit, im Sinne von, dass es nicht auffällig wird, vielleicht, vielleicht steigt ja, also man könnte jetzt vielleicht noch die Lourdes-Etappe nehmen, ne, also es wird ja irgendwie darauf hinauslaufen, also wir, wir, wir sehen ja, glaube ich beide, lass uns vielleicht mal die, ähm, die, die Etappe von morgen oder, ne, lass uns das zu Ende diskutieren. Ähm, ich weiß es auch nicht, sag ich dir ganz offen und ehrlich, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, weil. Ja, aber auf der, auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass Garen Thomas jetzt nochmal freiwillig dieses gelbe Trikot abgibt oder sich da großartig für Froome einspannen lässt, wenn der mal ein Problem hat. Oder wie siehst du das? Ja, ich sehe, das klingt hart, aber das klingt blöd. Ich denke immer, ich, oder ich stecke in dem, bei mir ist der Gedanke immer noch, doch muss er, es ist ein verkackter Job. Er ist angestellt worden dafür, er ist angestellt als Helfer für Froome, er ist angestellt, um Chris Froome zum gelben Trikot zu fahren und auch wenn er das gelbe Trikot zwischendurch mal hat oder, ne, behält oder nicht wieder hergibt, es ist am Ende des Tages sein Job dafür zu sagen, dass Chris Froome in gelb in Paris einfährt. Und wieso sehe ich das auch, die Meinung, der Stärkste soll die Tour gewinnen vielleicht, ja, und vielleicht ist Thomas der Stärkste. So sehr könnte ich eine, eine, eine Teamleitung von Sky verstehen, wenn die sagen, unser Ziel war es, mit Chris Froome als Sieger in Paris zu stehen und wenn dieser, ähm, es schafft aus eigener Kraft oder mit Unterstützung des Teams, alle anderen außerhalb unseres Teams zu schlagen, dann ist das unser Ziel und dann werden wir das verfolgen. Das andere Problem ist, wie will man Thomas jetzt aus dem gelben, die stecken in dem Luxusproblem, wie will man Thomas, wie will man das Trikot übergeben, ohne es, ohne das Trikot selber der Lächerlichkeit und dem, und zu beschmutzen sozusagen. Das Problem sehe ich gerade so. Ja, wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Garen Thomas da irgendwie freiwillig Zeit verliert, also. Ja, eben. Der wird so lange versuchen, wie es irgendwie geht, bei Froome auch dran zu bleiben und, also ich sehe da momentan, ja, und du weißt ja bei Froome nie, also der kann den einen Tag, haben wir ja beim Giro gesehen, so fahren und den nächsten Tag dann wieder so, also das ist eine Wundertüte. Aber ich sehe dann halt nicht, wenn man es mal realistisch und normal betrachtet, unter normalen Umständen, wie Chris Froome Garen Thomas momentan wegfahren soll. Ich glaube nicht, dass er die Beine dazu hat, aber ich glaube, dass er die Teamleitung dazu hat. Schon, ja, aber Garen Thomas, der wird nicht freiwillig einbrechen oder nicht freiwillig Zeit verlieren, das kann ich mir nicht vorstellen in der Position. Also was soll sein Motiv dafür sein? Geld bekommt er genug vom Team Sky und gegebenenfalls eine andere Mannschaft würde ihn ja auch mit Kuss halt nehmen und die Chance, die Tour de France zu gewinnen, bekommt er nicht nochmal. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch so, du wirst ja nicht, also als Teamleitung eine Bergetappe vor Schluss sozusagen, wenn du den Sieg eigentlich praktisch mit Thomas sicher hast, nochmal das Risiko eingehen, dass Froome im Zeitfall von Dumoulin platt gemacht wird. Nein, 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 überhaupt nicht. Ich tue mich da selber schwer damit, wie ich erklären soll, wie man das anstellt, jetzt rein technischer Natur. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, also dass wenn beide bis zum letzten Tag alles, wenn Froome bis zum letzten Tag alles geben kann und alle anderen Fahrer in Schach hält und das Ziel ausgerufen würde, ich weiß nicht, wie, also, wie das funktionieren kann. Ich würde mich, ich würde mich über den, ich würde mich auch, um das festzuhalten, ich würde mich zum Beispiel auch über den Sieger General Thomas genauso sehr freuen wie über den Sieger Chris Froome, so als. Und das ist ja überhaupt die Frage, was hätte denn Team Sky davon, wenn sie jetzt mit Froome die Tour de France gewinnen würden? Sie hätten, glaube ich, mehr Vorteile, wenn sie mit Thomas die Tour gewinnen würden, weil wenn Froome nochmal die Tour gewinnt, dann, ja, wird es bei den Fans seinen Beliebtheitsgrad auch nicht unbedingt weiter steigern, das Team würde nicht unbedingt an Beliebtheit gewinnen und wenn man natürlich jetzt, ja, da Froome so ein bisschen menscheln würde vielleicht und vielleicht mal nur Zweiter werden würde oder gar Dritter oder für Thomas sogar arbeiten würde, könnte man natürlich, ja, vielleicht da ein bisschen Boden zurückgewinnen, also da sehe ich eher die. Aber glaubst du, solche, bin ich bei dir, aber siehst du, siehst du diese Gedanken bei dem Team, bei dem der Braidsworth die französischen Fans beschimpft, siehst du da, dass der Begriff Menschen in einer Teambesprechung drin vorkommt? Ja, aber auf der anderen Seite, was soll denn der Grund sein, also das unbedingt mit Froome jetzt gewinnen zu wollen, also Geld kann es ja auch nicht sein, weil. Vielleicht möchten sie das Triple machen dieses Jahr, vielleicht möchten sie das Triple Giro Tour machen. Meinst du Giro Tour Vuelta? Ja, also erstmal jetzt Giro Tour und dann Giro Tour Vuelta noch da drauf. Ja gut, das wäre natürlich eine Option, aber wie gesagt, dazu muss erstmal Chris Froome zum einen Tom Dumoulin loswerden und zum anderen, wie ich es jetzt in der letzten Sendung auch schon mal habe anklingen lassen, für mich, unter normalen Umständen müssten diese beiden Fahrer Froome und Dumoulin in der dritten Woche eigentlich extrem nachlassen, weil die beide den Giro extrem hart gefahren sind und dieses Rennen einfach brutal in die Beine gegangen ist und die anderen, die dahinter irgendwo lauern, Roglic, Groesbeck, die Moviestars, die sind halt noch frisch. Absolut, also ich würde auch bis zum, so lange wie möglich versuchen, Gerard Thomas vorne zu lassen, weil selbst beim Zeitfahren kann Froome noch einbrechen. Ich weiß auch nicht, wie man das machen will oder wie man diesen Übergabeprozess so gestalten wollen würde als Team Sky, ohne es lächerlich aussehen zu lassen. Dieses Szenario kann ich mir nicht vorstellen und ich habe mir schon viel Blödsinn ausgedacht, aber das will nicht, also ich glaube auch, also deinen, um jetzt vielleicht ein bisschen zurückzukommen, ich glaube noch nicht, dass das die Etappe ist, die sich Froome ausgesucht hat für die Attacke. Du meinst, der fährt auf der Etappe nach Laron von, ja, am Tourmalé schon los? Warte, ich ruf mir mal gerade das. Ich hatte nur noch, das hatte ich mir so gestern, ja, ich glaube eher, dass das so eine Geschichte wird. Und zwar, dass man… Das wäre dann kein 80-Kilometer-Solo, sondern ein 100-Kilometer-Solo. Vielleicht, ja. Er lässt, er lässt morgen, also morgen versuchen sie es wirklich mit Geballtheit, vielleicht auch nochmal an dieser Stelle ein interessanter Blick auf die ersten 20, ne, ich bezweifle, dass das morgen eine Rolle spielt, ne, also diese, diese Regelung, die ersten 20 starten glaube ich in einer Gruppe, dann die nächsten nochmal 20, oder weißt du das auswendig? Ich glaube, so ein 20er-Blocken werden wir losgelassen. Ähm, erstens 20er-Block, wie viele Sky-Fahrer haben wir da? B-b-b-bom, Movistar? Zwei. Zwei, oh. Ja, dann ist doch morgen der Tag gemacht für die Movistars, oder? Morgen werden die beiden Mannschaften im Zeitfahren, äh, in der Mannschaftswertung. Dann hoffentlich, ne, Marida, Bahrain, eins, naja gut, die werden wohl nichts machen. Ähm, die Movies mit eins, zwei, also, ne, das wird alles für den Eimer. Ja, wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass da durch diese Startreihenfolge irgendwie, dass das einen großen Einfluss auf das Rennen nehmen wird. Irgendwie nicht, ne? Es ist eine sehr schöne, gelungene Aktion, Aufmerksamkeit zu generieren seitens des Veranstalters, der ASO, aber auf das Rennen, ja, wird es, denke ich, wenig. Ich bin gespannt, es wäre mal was Nettes, ne, also, es ist natürlich auch schlecht. Kann natürlich auch sein, äh, weil Garen Thomas ganz vorne steht, dass der gleich am Start attackiert. Ja, vielleicht, ne, vielleicht wäre das auch die, die, die Methode, ne, dass man jetzt sagt, okay, wir nehmen Thomas und lassen ihn attackieren, um so dann, ne, und lassen Froome hinten nur reagieren auf Dumoulin, der ja dann gezwungen ist, darauf zu reagieren. Und, ja, aber klar, das ist doch das Spielchen, also, mit dem sie auf der ersten Bergetappe die Konkurrenz auseinandergenommen haben. Thomas hat da attackiert und alle, Froome konnte sich hinten ausruhen, ist dann nochmal rausgefahren und dann ist vorne Thomas nochmal, also, da, da haben die die Gegner so durcheinander gewirbelt, die konnten, die wussten gar nicht mehr, wo oben oder unten ist. Ja, also, ich bin gespannt. Ich glaube eher, dass die Etappe am Samstag da, ähm, die entscheidende wird, die ich noch nicht mehr sehen, äh, Quatsch, am Freitag meine ich dann, ne, äh, ich bin mit dem Wochentag gerade ein bisschen durcheinander. Heute ist Dienstag, äh, ja, meine Frau ist nicht da, ich bin komplett aufgeschmissen, ähm, äh, Montag, Dienstag. Hast du den Kalender mitgenommen? Die hat, ach, die hat mein, mein Hirn mitgenommen, ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, genau, morgen ist die, äh, Freitag, genau, ich glaube, dass, oh, Freitag ist die Etappe, super. Dann weiß ich ja, was ich am Freitagabend machen kann, weil dann kann ich die einfach, äh, ungespoidert mir anschauen. Klingt fantastisch, oder? Da können wir am Freitagabend keine Sendung aufnehmen. Klingt nach nem Plan, ja. Dann müssten wir ja heute schon die komplette Tour zu Ende besprechen. Ach, da steht uns ja was bevor. Ja, aber andererseits jetzt auf dieser Etappe morgen, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das Team Lotto NL Jumbo ein Faktor wird. Die werden, denke ich, mit Sicherheit recht früh versuchen, diese, diese Doppelspitze auch auszuspielen. Also entweder Roglic oder Kreuzvek da versuchen, früh in die Attacke zu schicken und damit Druck auf die anderen auszuüben. Und offiziell haben, die haben ja ein ähnliches, eine ähnliche Situation wie bei Sky. Also offiziell ist ja immer noch kommuniziert, dass Kreuzvek da der Kapitän ist und Roglic eigentlich nur die B-Option sozusagen. Aber der hat jetzt auch, ja, zwei Minuten und, ja, zweieinhalb Minuten gut Vorsprung auf seinen Teamkollegen in der Gesamtwertung. Und eigentlich müsste man da mit Kreuzvek so ein bisschen spielen, zumal auch Roglic im Zeitfahren wesentlich stärker ist als der Niederländer. Ja, und auch da bei Roglic die Frage, genau die gleiche Frage eigentlich wie bei Dumoulin und Froome. Wie gut bleibt er in der dritten Woche, ne? Aus anderen Gründen, weil man ihn einfach noch nicht so in einer dreiwöchigen Rundfahrt so weit vorne gesehen hat. Aber im Prinzip genau die gleiche Frage, die man sich stellen muss, ne? Von den anderen da vorne weiß man das ja zumindest im Ansatz. Aber Roglic ist da auch der Fahrer mit dem Fragezeichen versehen. Ja, gut, möglich, dass es dann auch vielleicht morgen sein Tag wird. Also dem würde ich es von den Jungs da vorne eigentlich am meisten gönnen, das Ding abzuschießen. Ja. Gehe ich mit. Er fährt ja auch auf den schönen italienischen Yankee-Rädern. Zumal das noch, ja. Und zumal das auch einfach eine schöne Geschichte ist, wenn mal einer, der aus einer anderen Sportart kommt, bei einer anderen Sportart was gewinnt. Also da kann ich mich jetzt auch nicht so dran erinnern oder mir fällt gerade kein Beispiel ein. Es gab mal eine Olympiasiegerin im Skilanglauf und im Radfahren. In den 1920er Jahren allerdings. Okay, lange ist es, ja. Ja, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Im Eisschnelllauf meinte ich. Eisschnelllauf und Radfahren. In den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da kann ich mich dran erinnern. Ansonsten nicht wirklich. Aber das ist ja so eine gern gemachte Kombination. Also die Eisschnellläufer fahren ja gerne im Sommer dann ein Fahrrad, um sich in Form zu halten. Also ich glaube, das ist gar nicht so unverbreitet da. Aber ich glaube doch, das muss ich jetzt mal, also das muss ich jetzt wirklich nochmal die Zeit, dass wir uns jetzt mal mitnehmen, das zu recherchieren. Tom Dumoulin, der war früher, glaube ich, auch mal Eisschnellläufer. Ja, das ist ja in Holland, also ich will nicht sagen Volks, doch Volkssport. Ja klar, Tom Dumoulin, Maastricht, also gar nicht so weit weg. Wir wollten auch mal in dem Tom Dumoulin Park fahren. Bike Park. Bike Park, genau. Königsetappe, blablabla, nee, blablabla, 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 blablabla. Eisschnelllauf gemacht hat, so, aber ich finde jetzt gerade nichts dazu. Ja, ich glaube also, dass du in Holland jeder irgendwann mal Eisschnelllauf gemacht hast. Also das, also jedenfalls nicht jeder, aber viele. Na gut, und die. Jeder, jeder hat da, ist da mit Schlittschuhen an den Füßen zur Welt gekommen. Die Krone setzt sich dann natürlich Peter Sagan auf, der einfach alle Sportarten gemacht hat. Also ich weiß jetzt nur vom Cross, MTB, aber ich habe ihn jetzt noch nicht als Eishockey-Fahrer, Eishockey-Spieler zum Beispiel gesehen. Hat er, glaube ich, auch mal gemacht. Ernsthaft, Eishockey, das habe ich jetzt wirklich so als Grotesk, das ist es genommen. Also es gibt auch, also, ja gut, das sind jetzt halt so Show-Bilder von Peter Sagan bei der Eishockey-Nationalmannschaft, gibt es da, glaube ich, auch Bilder, wie er da rumfährt. Ist jetzt wieder zu haben, ne, um mal komplett in den Gossip, in den Gossip hier abzurutschen. Ja, es hat mich sehr überrascht während dieser Tour de France, dass er sich von Katarina Smolkova getrennt hat. Also, ja, dass der das auch scheinbar so locker wegsteckt. Ehrlich gesagt, also ich hatte da jetzt nicht so wirklich eine Meinung zu, also ich hätte noch nicht mal den Namen der Dame gewusst, aber dafür haben wir dir das Gala-Abo ja geholt von den Spenden, dass du da, dass du da auch da Bescheid weißt, ja. Nach der Sendung besprechen wir uns noch kurz das englische Königshaus in unserem Zweitpodcast, The Crone and I. Ja, also. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so, ja, als Frau an der Seite von Peter Sagan auch nicht immer so einfach ist. Du, ich kann mir Peter Sagan privat so überhaupt gar nicht vorstellen. Klingt blöd, aber A, interessiert es mich auch gar nicht. Komischerweise, ne, also, und B, ich kann mir den Typ nicht vorstellen, also ich, so eine schillernde, also er ist ja, glaube ich, kann man ihn schon als schillernde Persönlichkeit des Radsports bezeichnen, dass der jetzt zu Hause einfach nur mit einem Schluppen morgens Brötchen holen geht, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber vielleicht ist der auch so, ne, also. Ich denke auch, also ich schätze ihn auch so ein, dass der recht pompös ist, also man hat das ja bei der Hochzeit gesehen, das hat er da auch irgendwie mit der, mit der Motorsäge irgendwelche Baumstämme zersägt und ja, also zumal die beiden, glaube ich, auch erst im letzten Sommer oder so ein Kind gekommen haben. Ja, das ist, das ist so eine Geschichte, da, das kann ich dann wiederum, ähm, wie soll man sagen, da, ich weiß nicht, was man tun muss, also entweder, dass man, also was man getan hat, dass man verlassen wird oder warum man eine Familie, so junge Familie verlässt, das, ähm, also ich glaube, wer junge Kinder hat, der kann das, äh, nicht so wirklich, also, naja, ich weiß es nicht mehr. Ja, aber letzten Endes hieß es ja von Peter Sagan, man sei im Guten auseinandergegangen, da wollen wir mal hoffen, dass, dass dem auch so ist. Dass das beide so sehen, ja. Also wir haben ja neulich über einen anderen Fall diskutiert, wo das scheinbar nicht so war. Ja, ja, ja. Ach Gott, ey, darf ich gar nicht dran denken. Äh, wir hatten jetzt die Morgen, die Grip Stop, Grip, wie heißt das, Grip Stop, Grip Start, äh, Grip, Formel 1 Start. Ja, Formel 1, genau, Formel 1 Start, äh, dann am kommenden Donnerstag, die Etappe, Flachetappe 171 Kilometer nach Pau. Ja, aber dazu, also wie gesagt, also die Streckenplanung der Tour de France muss man manchmal nicht verstehen, weshalb man da jetzt nicht noch einen Tag in den Pyrenäen einbaut, sondern, ja, wieder eine Flachetappe, wo die eigentlich so ein bisschen, ah, wieder so ein bisschen Langeweile verspricht, weil ich kann mir nicht großartig was vorstellen, was Besonderes, was da passieren soll, außer einer Ausreißersieg oder einen Sprintersieg. Also da wird sich zwischen den Clas-Monts-Fahrern nichts tun und da muss man doch sagen, wenn wir uns in diesem Jahr den Giro d'Italia angucken oder generell in den letzten Jahren den Giro d'Italia und auch die Spanien-Rundfahrt, da sind doch die Streckenführungen in der dritten Woche um einiges spannender als bei der Tour de France. Ja, aber andererseits, wenn ich mir anschaue, wie viele Sprinter schon nach Hause gefahren sind, ob der Schwierigkeit der Etappen und ob der Schwierigkeit der Rundfahrt, ist es vielleicht in Anbetracht der Tatsache, dass ja man sich wahrscheinlich von der Etappe morgen und dann überübermorgen am Freitag schon vieles verspricht, vielleicht so aus planerischer Sicht, doch gar nicht so schlecht. Ja, aber andererseits musst du halt auch sehen, wie hart gefahren werden würde, wenn man noch eine Bergetappe dazu einbauen würde. Aber generell, also ich finde halt diese Topografie dieser Pyrenäen-Etappen recht unglücklich. Also diese Ankunft heute beispielsweise, da hätte, also wozu braucht man diese lange Anfahrt? Also auch da hätte man die Etappe massiv entweder einkürzen können oder man hätte noch zwei weitere Pässe eingebaut, um sie selektiver zu machen. Dann hast du nämlich eine Distanz von über 200 Kilometern und ja, im Finale drin eine enorme Selektion, aber mit diesen, wie viele waren es, ja, drei schwierigen Bergen hast du da jetzt, also was heißt schwierige Berge? Das sind zwar Einserkategorie-Berge, aber jetzt spielen die nicht in der Liga eines Col de Tourmalé beispielsweise, hast du da nicht so die Selektionskiller. Und du hast vor allen Dingen 100 Kilometer Anlauf, 100 Kilometer Junkmiles am Anfang. Das ist halt auch genau das, was so ein bisschen die Favoriten vom zum frühen Attackieren hemmt. Ja, also ich glaube, zu der Etappe dazwischen ist dann auch nicht mehr viel zu zu sagen aus, dass das wahrscheinlich eine, ich würde es so ein bisschen despektierlich vielleicht auch Ruhetag B nennen, zumindest für die Gesamtklasse-Mausfahrer diese Woche. Ich hoffe, sie sparen da die Körner, um dann am Freitag doch nochmal ein Feuerwerk abzubrennen. Würdest du mir einen Gefallen tun? Ja. Nichts Großes, nichts Großartiges, nichts Schlimmes, keine Sorge, weil es ist jetzt schon fast was Privates, das wir jetzt hier öffentlich machen. Wenn du am Freitag, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich gehe davon aus, dass du zumindest in weiten Teilen die Etappe in irgendeiner Art und Weise verfolgst, würde ich es fantastisch finden oder auch gerne ein Hörer, der das jetzt hört vor Freitag, mir den Kilometer zu sagen, ab wann ich gucken soll. Weil wenn ich, also ne, wenn die jetzt über den Aspen zum Beispiel noch so entspannt drüber rollen und nichts passiert, dann kann ich mir sparen am Abend die ersten drei Stunden Langeweile mir anzuschauen. Das heißt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn irgendein Hörer oder im Zweifel du dann mir sagst, pass auf, es lohnt sich diese Etappe zu schauen ab Kilometer X, weil dann kann ich abends nämlich mir die Aufzeichnung vorspulen, bis dahin, damit wäre mir sehr geholfen sozusagen. Ja, auf jeden Fall, also das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Und ansonsten, wenn der Thomas es vergisst oder bis dahin irgendwie, keine Ahnung, in Winterschlaf hält, dass vielleicht irgendein Hörer mir das sagt, das fände ich, und dann kann ich hinterher auch vergleichen, das fände ich ganz lustig, wer was so wie gesagt hat. Ja, also, Aspin, Tourmalet, Obisque, wie heißt der in der Mitte, Bauderet, könnte ein großer Tag werden. Ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn es eine Bergankunft nochmal gewesen wäre und nicht die Abfahrt runter noch kommt, wäre für mich meiner Meinung nach die interessantere, noch interessantere Etappe geworden. Definitiv, und auch hier wieder, ja, weil ich weiß nicht, was ich die, also bei der Planung der Strecke zwischen Ende der Tourmalet-Abfahrt und Beginn des nächsten Anstiegs sind es dann halt mal so 20 Kilometer, die einfach flach sind und die das Rennen extrem hemmen. Und, ja, da würde ich mir halt wünschen, dass man dann irgendwo gleich in den nächsten Anstieg reingeht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie da in der Gegend nicht möglich ist, oder, aber mir fällt es halt generell bei der Tour de France immer auf, im Gegensatz zu den anderen beiden großen Landesrundfahrten, dass man immer, weiß nicht, ob das bewusst ist, diese Flachstücken da einbaut, die einfach, ja, ein Killer sind für die Spannung des Rennens. Ja, die machen es halt einzelnen Ausreißer oder Zweier-, Dreiergruppen schwieriger, sich gegen ein großes Feld zu behaupten, ne, anstatt dass es einfach direkt… Klar, gut, wenn jetzt an dem Tag der Fall eintreten sollte, also mal wild gesponnen, Team Sky liegt hinten und muss angreifen, dann ist es natürlich die optimale Etappe, um mit einer guten Mannschaft da das Ding noch wieder zu richten, aber für die anderen sieht es da halt relativ mau aus, schon am Tourmalet irgendwie anzugreifen, weil Team Sky wird dich auf dem Flachstück, wird dir da zwei Minuten abnehmen. Also ich würde da, glaube ich, schon, also wenn ich mir jetzt so, wenn man sich die Karte mal anschaut, ich könnte mir vorstellen, dass es da Möglichkeiten gegeben hätte, vom Tourmalet runterkommend direkt nochmal über ein, zwei Hügel da gefahren wäre, also da sieht man ja schon Gebirgskämme, nennt man es Gebirgskämme, ich glaube schon, über die man noch drüber hätte jodeln können. Man hat sich dazu entschlossen, dann lieber nach dem Tourmalet in einem längeren Tal oder zwei miteinander verbindende Taletäler zu, an dem nächsten Anstieg zu fahren, aber warten wir mal ab. Also ne, jede Etappe kann hart gefahren für die Fahrer schwierig werden, das kann man glaube ich so stehen lassen und ich würde mir, ich kann mir vorstellen, dass es an dem Tag ein Spektakel gibt und würde mich darüber sehr freuen, weil dann am Samstag wäre dann die letzte Möglichkeit mit mehreren Pannen Gerard Thomas sonst aus dem gelben Trikot wieder diskret raus, diskret raus, wie entsorgen wir diskret Gerard? Das wäre so die Frage dann. Zeit fahren, ist glaube ich die Frage noch, wie gut sind Dumoulin oder wie fit sind Dumoulin und Froome noch, eine der entscheidenden und wie gut ist Roglic und was kann Gerard Thomas machen? Das sind glaube ich die Fragen, die man sich vorher und währenddessen stellen wird. Ja klar, aber gut, beim Giro hatten wir auch schon so drei Tage vor Schluss das Classement so halb in den Raum gestellt und wir haben ja gesehen, was da noch passiert ist, also wurde alles komplett auf den Kopf gestellt. Bei der Tour de France, na, bin ich da so ein bisschen skeptisch eher, zum einen wegen der Etappe, du hast halt nicht so eine Monster-Etappe wie die über den Finestren noch drin, die dazu verleitet und zum anderen natürlich, weil er jetzt beispielsweise ein Mann wie Gerard Thomas vorne ist, der eigentlich wenig Anzeichen macht, zum einen einzubrechen und zum anderen auch nicht wie Simon Yates beim Giro, na, da vielleicht überflüssig Kräfte zu verschleudern. Wäre doch sehr ökonomisch. Ja klar, also ich bin gespannt. Also am Samstag werden wir bei Rad am Ring sein und ich hoffe, dass es da zumindest irgendeine Möglichkeit gibt, auf dem neuesten Stand gebracht zu werden, immer mal wieder. Das würde ich als sehr notwendig betrachten für meine Stimmung dort. Ja. Wer ist, fragen wir die obligatorische Frage am Ende, wer fährt am Samstag, am Sonntag dann in Gelb nach Paris? Dein Tipp jetzt, nach Stand der Zeit? Mein Tipp jetzt ist, äh, Thomas. Okay. Ja, aber wie gesagt, ich würde da, finde da diese Idee vom Chris nochmal ganz spannend. Was war das nochmal? Also ich war, der hat so viele Ideen. Auf der letzten Etappe die Fahrer mit dem Abstand des Gesamtklassements ja auch in einem Verfolgungsrennen auf die Strecke zu lassen. Ja, ist grundsätzlich keine unspannende Idee, aber ich bin dazu noch zu sehr Traditionalist, als dass ich glaube, dass es… Meinetwegen auch auf der vorletzten Etappe und dann sollen sie da ihre, ihre Chance, die sie machen, aber das wäre immer eine coole Idee, also. Ich glaube, das sollte man bei der Dauphiné vielleicht mal ausprobieren. Also ich würde es ungern bei der Tour de France ausprobieren. So, dann lass uns das doch einfach nächstes Jahr bei der Dauphiné am vorletzten Tag mal machen und dann mal gucken. Ja, aber ausprobiert wurde es ja mehr oder weniger schon bei der Hammer Series. Da hat man es zwar mit Mannschaften, aber es ist ja ein ähnliches Format. Finde ich sehr cool. Ja. Ich bin gespannt. Also du sagst, Thomas, ich lehne mich jetzt mal… Also ich sage mal was ganz Verrücktes. Ich glaube… Also im Moment bin ich so komplett unentschlossen. Thomas wäre wahrscheinlich der logischste Name, den man hier nennen sollte. Ich mache jetzt mal was. Ich sage auch Rockledge. Würde dem Radsport auf jeden Fall guttun. Absolut. Also das wäre für den jetzt unter objektiven Gesichtspunkten, was wäre das beste für den Radsport, wäre das definitiv die Geschichte, die ich mir am meisten wünschen würde. Ja, definitiv. Ja, das war's dann. Also wir gucken, am Freitag werde ich dann wahrscheinlich nicht mehr aufnehmen können. Wir gucken mal, wann wir dann die nächste Sendung machen, ob wir das noch hinkriegen vom Wochenende oder so. Aber ansonsten wünsche ich uns einfach mal noch tolle Tourtage. Wenn irgendwas Verrücktes passiert, sind wir vielleicht schneller wieder da, als wir dachten. Wer weiß, am Donnerstag alles passiert und wir kommen zu dem Schluss, dass wir Donnerstag eine Folge aufnehmen müssen. Kann das auch passieren. Möchte ich gar nicht ausschließen. Also ich kann es zumindest zeitlich bei mir nicht ausschließen. Bei dir weiß ich es noch nicht, Thomas. Bedanke mich ganz herzlich bei dir. Eine Sache möchte ich noch kurz anmerken und zwar, weiß nicht, ob ihr euch erinnert, es war, ich hatte vor Jahren, also gefühlt Jahre, hatte sich mal ein Hörer bei mir gemeldet, Markus aus Österreich, der zu einem Rennen nach Berlin gefahren ist. Zu den, wie heißt das da in Berlin, Veloton, kann das sein? Ich glaube Veloton, ja. Und hatte da gefragt, möchte sich ein Hörer treffen vielleicht, also er ist ein langjähriger Hörer und ich glaube, das hat in Berlin ganz gut geklappt. Er war da sogar bei Regines Radsalon dann als Gast im Podcast und das hat er jetzt zum Anlass genommen, er fährt jetzt nach Hamburg zu den zwei Classics, die ist es glaube ich immer eine Woche nach der Tour oder anderthalb oder zwei Wochen, irgendwie sowas in der Art. Ja und dann hat er sich gedacht, ach das hat beim letzten Mal so nett geklappt und ich habe nette Menschen getroffen. Deswegen mache ich das jetzt nochmal und fragt einen, ob jemand Lust hat, so eine Art Hörertreffen, wir sind nicht da, also ich bin zumindest nicht da, du glaube ich auch nicht, in Hamburg zu machen. Ich würde sagen, jeder, der bei den Zerclassics startet und vielleicht da Lust hat, am Abend vorher oder am Abend danach oder wann auch immer mal ein Getränk zu sich zu nehmen, ein bisschen quatschen oder was auch immer, der soll am besten unter dieser Folge kommentieren, weil dann sieht der Markus das am einfachsten und dann kann der Kontakt hergestellt werden und das gleiche gilt, hat er auch schon angeboten, dann natürlich in Tirol bei der WM, wo ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht habe, du wirst vielleicht da sein, ist ja nicht so weit. Definitiv. Ja, also dann könnt ihr schon mal zu zweit irgendwie was machen, wenn ihr möchtet oder wenn ihr Zeit findet, aber auch das für Tirol kann man da vielleicht so eine Art Kontaktbörse herstellen. Vielleicht können wir den Chris auch noch irgendwie an den Start ziehen. Ja, den packt man noch ein ins Gepäck. Ich hatte Markus die E-Mail noch gar nicht beantwortet, das tut mir sehr leid, aber es war einfach viel los. Betrachte dies bitte als eine Antwort auf deine Frage. Gut, also eine schöne Resttour, vielen Dank für eure Unterstützung in jeglicher Form immer und habt viel Spaß. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020